Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf dem Testserver und ich denke mal, ihr habt es natürlich auch schon am Titel erkannt, es gibt ein neues krasses Login-Event. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und klicken einfach mal direkt drauf. Und ich denke mal, ihr seht es auch schon, es ist auf jeden Fall ein etwas anderes Login-Event wie die anderen Login-Events. Es sind auf jeden Fall insgesamt 16 Tage, so lange geht das Login-Event. Und ihr seht es ja hier, man kann hier auf Draw drücken und ihr bekommt hier, sage ich mal, täglich eine Umdrehung und bekommt dann eine zufällige Belohnung von den Dingern hier. Bei mir waren es jetzt diese Hotel-Münzen, also 500 Stück habe ich davon bekommen. Es hätte aber auch sein können, dass ich zum Beispiel hier die 10 Schrifträumen bekomme. Das ist auf jeden Fall wirklich eine geile Sache. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die ganzen Belohnungen an. Wir haben hier zum Beispiel 60 lila Steine insgesamt drin, dann haben wir 100 von diesen Glyphen-Emblemen. Dann haben wir hier vier insgesamt Chests, wo wir Staub-XP-Gold rausbekommen können. 10 Schrifträumen sind hier drin, dann nochmal 100 von den roten Emblemen. Dann haben wir die Labyrinth-Münzen und Gilden-Münzen sind das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir 50 von den verdrehten Essenzen, was auch mega geil ist. Dann haben wir lila, goldene und rote Emblemen und dann hier zum Schluss nochmal 20 von den Lila Steinen, also insgesamt 60 Stück. Und das krasseste kommt jetzt erst. Wir haben natürlich auch wieder eine Chest zum Ende hin. Und in dieser Chest, wenn mich nicht alles täuscht, befinden sich alle himmlischen und Unterwäldler-Helden drin. Und das ist wirklich eine mega, mega geile Sache. Also ihr könnt euch einen von den Helden aussuchen. Ich denke, bei mir wird es eine Lusretia werden. Ganz sicher bin ich mir aber nur nicht. Also es ist wirklich eine mega geile Sache. Also wenn euch eine Talene fehlt, um aufgestiegen zu machen, dann könnt ihr euch eine Talene nehmen. Wenn euch eine Lusretia fehlt und eine Zwillinge, Atalia, was auch immer, ist wirklich eine mega, mega geile Sache. Also wirklich ein mega geiles Login-Event. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Login-Event haltet. Es ist wie gesagt so, täglich bekommen wir hier einen Drawspin und dann bekommen wir eine zufällige Belohnung raus. Und es ist ja auch noch so, dass heute das Update auf unseren Lifestyle-Wand am Start gegangen ist. Das heißt, wir haben hier unter der Gipfel der Zeit im wandernden Ballon einen neuen wandernden Ballon. Die Sandstrecke, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht heute. Könnt ihr gerne auschecken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann heute Nacht ab 2 Uhr ist die neue Reise der Wunder. Und die neue Heldenprüfung für Hutgen am Start. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Werde ich dann direkt um 2 Uhr hochladen, sobald das Ganze dann am Start ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Und dann macht's gut, bis dann.